Ja, genau. Und da frag ich mich, wie sieht's aus? Ich merke, ich sitze ganz allein, wieso bekomme ich dich nicht aus meinem Kopf mehr raus? Ich frage mich, brauchst du mich auch? So oft. Ich schweife ab und tauche ein, lass alles andere stehen und lieben, so schwer kann's auch gar nicht sein. Ich genieße vollen Zügen, was passiert? Was passiert? Ich falle mit der Tür ins Haus, war grad noch weg, jetzt bin ich hier. Ich schalte alles andere ganz schnell aus, hol dir eine Jacke, komm mit mir. Ist schon okay. Ist schon okay. Und du bist nicht hier im Moment. Ich lauf raus, geh durch den Schnee. Ich schau' den Kaffee an der Tanke, wie sieht's aus, wenn du willst. Komm doch hoch. Komm doch hoch. Komm doch hoch. Vielen Dank, danke dir. Danke euch.